Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Dirt Valley, es geht weiter in Griechenland, Schreinlänge 5,7 Kilometer lang, Unterschiede in Höhen lang, plus 74 Meter, grober Schotter 95 und leichter Schotter 5%. Wir sind momentan Dritter, was mich hier in Griechenland ganz besonders freut. Ich muss mir mal ganz kurz kurz den Zwischenschrank mal kurz anschauen, wir haben auch einen ordentlichen Vorsprung auf den vierten. Das sind ja über zwei Minuten und nach vorne hin geht ja eigentlich nichts mehr, habe ich ja gesagt. Den Kühler wollte ich, dass ich den, ich habe jetzt mal die Karosserie, kann ich auch verschgehen, die Radaufhängung kann ich eigentlich auch verschgehen, aber die Räder sind mir da doch immer noch ein bisschen lieber. Normalerweise mache ich ja wirklich nichts selber, aber hier mache ich das jetzt ganz normal. Ich muss kurz immer noch mal schauen, ne da vorne geht nichts, aber nach hinten sind wir eigentlich relativ safe. Auf den fünften sind wir sogar mehr als safe und der Leitner ist sogar schon ausgeschieden, geht also hier komplett punktlos. Aber Meisterschaft, da müssen wir auf Turonnen auffohlen. Turonnen, der ist momentan nur siebter und zwar sehr souverän siebter, okay. Also der hat wohl nur so einen kurzen Lauf gehabt, oh der war mal zehnt auch nur. Der Himalainen, der ist direkt hinter uns, das könnte echt ein Kampf werden gegen den. Aber ich muss mich jetzt ja nicht die Skills mehr auspacken. Viersch geht da oben übrigens. Ich muss natürlich jetzt mal wieder in die Steuern klarkommen. Das ist die Aufnahme, das ist ja zwei oder drei Tage her. Jawohl. Oh, ganz fiese Skelle hier. Ja, sag ich ja, ganz fiese Skelle, aber wir haben den Vorsprung. Ach, das geht ja noch siebenzehntel. Jawohl. Jawohl. Ach, das geht ja. Ja, ich hab gedacht, wofür die Strafe? Wofür geht es die Strafe? Wow. Da hab ich gepennt, weil die vier hab ich wieder vergessen. Die dachte, die kamen schon. Ich kann da Zuschauer. Wenn die, hab ich die gar nicht gesehen. Na, nicht ganz optimal. Ja, das ist auch so eine schlimme Skelle, finde ich. Okay, hier komm ich komischerweise hoch und woanders rackert man sich dahin ab. Gut, 30 Sekunden. Wie gesagt, es ist wurscht. Oh, die Etappe. Oh, Alter, die Etappe ist schwierig, ja. Ich erinnere mich. Weil hier ist so verdammt enges. Und das wird der Teil von Griechenland, den ich nicht so sehr mag. Oh, nee, weiter rechts. Ja, am Ende, ja. Verliere ich dann nochmal zwei Sekunden. Das war natürlich keine gute Etappe, aber es ist wurscht. Wenn da vorne jetzt nichts Großes passiert, ist das auf jeden Fall Position, ja. Drei. Oh, Moment. Da ist was passiert. Der Gautier hat einen Kühler-Schaden. Jawoll, jetzt weiter. So geht's ab. Ole, ole, ole. Ja, man darf sich über die Konkurrenz ja mal freuen, wenn die Fehler lässt. Schranklänge 7,1 Kilometer lang. Unterschied in Höhen lang minus 510 Meter. Grober Schotter 77 Prozent. Mittlerer Schotter 18 Prozent. Und leichter Schotter 5 Prozent. Wir haben in der Rang des Samenlaufgut, aber wir haben eigentlich ordentlich verloren. Aber das ist mir wurscht. 4, 3, 2, 1, Vorsicht, Achtung, links 4, lang, mittig halten. In rechts 5 halten, lang, nicht schneiden, rechts halten, über Kuppe. Links 4, lang. In Achtung, rechts 2, lang, mittig halten, 170. Achtung, Sprung rechts 5, macht zu, nicht schneiden, links 6. In links 6, lang, 80 über Melle. Das ist das Ende der letzten, oder? Ja. Ja, und rutschig, genau, das ist hier extrem rutschig. Ja, verengt sich, kannst du das nicht? Das erste Mal sagen, es verengt sich. Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 3, lang, 60. Links 2, über 80, über Haltebuch. In rechts 6. In Kuppe, vielleicht Sprung, 60. Links halten, über Kuppe. Rechts 6, lang, in links 6. Und rechts 2, halb lang, nicht schneiden. Links 3, lang, rechts halten, über Kuppe, 80. Rechts 6, über halb lang, nicht schneiden. Links 6, 80. Rechts 2, lang, nicht schneiden. 150. Achtung, rechts halten, über Kuppe. Vielleicht Sprung, über Kreuzung. Links 4, halb lang, nicht schneiden. Links 4, halb lang, 60, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 6, und rechts 1, lang. Kuppe, links 5, rechts 4, durch Senke. Nicht schneiden, links 4, über 80. Nicht schneiden. Und ich musste sie schneiden. Das war jetzt das Problem. Was ist das, links 5? Rechts 2, halb lang. 6 Sekunden, es geht noch. Links 6, 130. Rechts halten, über Kreuzung, über Bälle, verengt sich 100. Rechts 6, Achtung, langsam. Rechts 6, über Kuppe, rechts 4, nicht schneiden. Und links 5, land, über Kreuzung. Rechts 6, links 6. Achtung, 100, links halten, über Kuppe. Rechts 4, land, nicht schneiden. In Achtung, links 6, Kuppe, vielleicht Sprung. Links 6, innen halten. Rechts 6, links 6. Und links 4, halb lang. Rechts 5, nicht schneiden, 100. Links 1, land. Mach zu und verengt sich, 60. Mach zu und verengt sich, der Jekko. Mio, ey. Rechts 6, 60. Links 6, 60. Links 6. In Achtung, Bälle, verengt sich. Links 6, rechts 6. Rechts 6, über 80. Der Sound geht da nicht unter Grund, glaube ich. In links 3, land. Und rechts 6. In links halten, über kleine Kuppe. 60. Rechts halten, über Kuppe. Und Achtung, links 6. In rechts 1, über 100. 80. Schön genommen, die Kurve. Rechts 4, verengt sich. Links 5, halb lang. 80, Kuppe. Rechts 6, lang. In links 6. Und rechts 6, lang. Links 1. Links 4, über 80, Kuppe. Rechts 1, lang. 80. Schön, die Wagen rumkommen. Rechts 4, über 80, über Kuppe. Rechts 6. In links 3. Und rechts 4, halb lang. Und links 5. Und rechts 6, 60. Links halten, über Kuppe. 120 bis 10. Klar, am Ende noch viel verloren, aber... Ey, das ging noch gut, ey. Da gab es ja wieder Stellen, wo ich mir nur gedacht habe, Jecko mehr. Turon holt wieder ein paar Sekunden auf. Das ist mir aber wurscht, weil der Gautier ist auch immer weiter nach unten segelt. Aber das hilft dem Turon leider. Ah, das ist nicht so toll. Das ist dann nicht so toll. Aber wir bleiben momentan souverän. Und zweit doch. 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 Und zweit doch.